It's poppin' off like a champagne bar Ich weiß nicht welches Gedulds du meinst Mein Rubber... Mein Rubber-Tree-Sapling... Da... Okay... Oh Gott... Was denn? Ich dachte da geht's voll tief runter... Äh... Wo wollen wir unsere Rubber-Tree-Farm hin machen? Weiß ich nicht... Oben irgendwie würd ich sagen... Hast du Knochen? Für Knochenmähen? Ich glaube wir haben Knochen da... Ich bin mir nicht sicher... Weil dann würd ich den gleich wachsen lassen... Ich hab keine Knochen... Aber ich hab ein paar Shards... Äh... Ja... Wir haben einen Knochen... Ich satier grad noch mal ein bisschen was ein... So... Okay die Kiste ist voll... So ich bau dann schon mal ähm... Hier... Ich fang dann schon mal an... Die Farm hier hinten auf dem Flachland zu bauen... Okay... Also ich... Ich begradige zuerst... Und dann kommt da... Farm? Achso... Ja... Ja... Ne... Da kommen keine Baum-Farm hin... Nur... Normales Essen und so... Tiere... Können wir eine Baum-Farm machen... Ja... Mach das... Ich brauch jetzt einen Tree-Trap... Ich brauch Holz... Da... Also Holz dürften wir noch ein bisschen genug haben... Also noch einen halben Stack oder sagen wir mal bestimmt... Ja... Ja... Ich hab schon... Okay ich hab auch schon einen Tree-Tap... Dafür können wir dann das ganze Ding... Also das ist Stick Your Reason-Farm... Weil da ist schon... Ich muss nicht hingeflogen... Ach ja... Und den Baum-Stamm über unser Haus... Wird ihn nicht abbauen, ne? Jaja... Ich hoff das da jetzt noch... Äh... Ein Zapling rauskommt... Weil ich nicht die Blätter zerschlag... Ah ja... Wär schon toll... Komm schon... Ein Zapling wenigstens, ey... Ja... Ja... Ich hab einen... Perfekt... Shit... Okay... Wir haben jetzt schon mal zwei Rubber-Trees... Superschön... Ja... Das heißt... Fortschritt... Okay... Ich hab nur ein Zapling bekommen... Und noch einen... Gut... Dann haben wir jetzt hier oben schon mal vier Bäume... Oh Gott... Ja gut... Dann baue ich erstmal eine Schweinefarm hin... Eine Schweinefarm? Ja... Okay... Ähm... Guck mal bei uns unten... In... Äh... In einer... Döns... Müsste noch... Ähm... Was? Alter will ich nicht vergessen... Ich leck mich am Arsch... Äh... Müssten noch Seeds sein... Weizenseeds... Ja... Ich hab hier eine Menge Seeds... Okay... Muss ich's ja nur erstmal bekladigen... Jo... Ich such hier grad auch noch... Zicke Müsse an unseren Bäumen... Mach das... Dann kann ich auch schon unseren... Äh... Ne... Ich vergesse immer noch... Dass wir... Redstone brauchen, ey... Jo... Das brauchen wir wohl... Und jetzt werden wir auch noch viele brauchen, ey... Hammergeil... Wenn mir ein Werkzeug kaputt geht... Wird mir sofort ein zweites dazu gelegt... Ja, ja... Das ist... Äh... Inventory Kriegs... Hammergeil... Das ist ein Sticky Reason... Ich glaube wir werden mehr... Ähm... Mehr Kühe halten als Schweine... Oder brauchen wir Schweine auch für irgendwas... Ja... Schweine eigentlich nicht... Aber Leder können wir gebrauchen... Jaja... Ich weiß... Dann baue ich jetzt hier nur ein kleines... Für die Schweine... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Haben wir schon Weizen so... Also... Schon fertiges Weizen... Ja... Haben wir auch... Okay... Haben wir Karotten? Nein... Hab ich keine gefunden... In dem Dorf... Wir brauchen Karotten für die... Für die Schweine, oder? Ich glaub schon... Scheiße... Dann können wir die ja noch gar nicht halten... Das passiert ja auf 147... Kann sein... Dass es dann auch mit Ding geht... Ja gut... Wir werden's morgen erfahren... Am nächsten Tag... Ist noch Tag... Lange genug... Glaub ich sogar noch... Es geht grad Sonne unter, oder? Wollt ich nicht... Sonne geht unter... Okay... Dann vielleicht auch nicht... Ich komme jetzt auch sofort... So... Ich geh dann grad... Äh... Wieder runter in die Mine... Ja... Mach jetzt dann auch gleich wieder... Gib nur noch... Das hier mit... Und dann... Ab nach Hause... Tschüs Scheine... So... Ich hab... Boah... Ich bin so... Vergesst mich und... Ich vergesst mich alter... Ja, das weiß ich... Habe... Chinese... Nein das ist komisch... coupes decir... Ich geh noch kurz hoch, meine eh... Restlichen Sachen... Also meine rest... Restlichen... Jeff... Robber Bäume... Anzlanzen... Ah, es war gut, dass ich einen gefunden habe. So. So, Feuerwehr rückt geradeaus bei uns. So. Ich mache mir auch gerade mal einen Waypoint für zu Hause. Mach das. Muss ich es auch noch machen. So. B, Waypoint, Hop. Done. Ah, Hammer, geil. So, jetzt mal gucken, was brauche ich jetzt noch? Ich brauche noch Spitzhacken. Ich brauche mir Steinschwitzern. Was brauche ich noch? Flo, was brauche ich noch? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Fackeln. Fackeln. Machst du mir ein paar? Ähm, ja. Ich mache mir auch noch ein paar. Alles klar. Ja. So. Machen wir noch vier Steinhacken. Ja. Obwohl, ne, zwei. Hast du auch was laufen? Ja. So, Tim. Nein. Oh, ich habe vergessen zu craften. Fackeln. Da ist jetzt ein Stack Kohle draufgegangen für. Ja, passt schon. Wir haben noch 23. Und finden Tumor bestimmt auch noch jede Menge. Ich bin gerade am überlegen, wie wir als erstes unter dem... Wir könnten unsere Maschinen mit Redstone oder mit Kohle antreiben, glaube ich. Ja, mit Kohle müssen wir jetzt erstmal wieder welche bekommen. Aber Maschinen sind erstmal unwichtig. Jetzt müssen wir erstmal ums Überleben kämpfen. Maschinen sind sehr wichtig sogar. Erstmal unwichtig. Wir müssen erstmal ums Überleben kämpfen. Nein, wir können dadurch das Doppelte an Items rausholen. Durch eine Maschine. Aha. Wir können das Doppelte an gefahrenen Items rausholen. Aha. Mann, Flo, du musst lukrativ denken. Ich denke immer lukrativ. Wir machen ganz und klar nichts anderes. Natürlich. Ich höre schon wieder Lava brodeln, Alter. Wenn ich das schon wieder höre. WTF? Ja, ich höre Lava. Ja, schön. Ich habe mich gerade verbaut. Was ist das? Ich habe ein Lead-Or gefunden. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Kann man auch irgendwas mitmachen. Kann man wahrscheinlich brennen. So wie alles. Ärztliche. Nein, gar nicht. Ich habe Kohle. Yeah, Kohle ist so selten. Wir brauchen Kohle, weil ich habe gerade ein Stack verschwendet. Achso, ja. Okay, dann baue ich es ab. Mein Gott, wie weit runter geht es denn noch? Wie weit? Du hast Eisen übersehen. Das glaube ich dir. Ja, das glaube ich mir auch. Hast du auch schon eine Eisenhacke? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich zu blöd dafür war. Was ist denn das hier? Tin. Wofür ist Tin eigentlich gut? Äh, zum Sachen craften. Nein. Ist es irgendwie stärker oder so? Ist auch wichtig. Ne, ist auch wichtig für Maschinen. Daraus können wir dann Kupfer machen. Ne, Bronze. Bronze. Boah, wir hatten hier nach unten gebaut, ey. Welcher Vollidiot. Ich? Ja, ich merke schon. Jawohl, ich habe wieder Lapislazuli. Ist auch wichtig mittlerweile. Ja, ist natürlich wahr. Lapislazuli brauchen wir zum Beispiel für ein Jetpack. Ja, ich weiß noch, wie man das braucht. Hast du mir schon mal erzählt? Ja, weiß ich auch. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe auch was Neues gefunden. Was ist das? Was habe ich denn da gefunden? Tanks, ein Ohr. Ich glaube, das war so ein unnötiges Ohr. Dann nehmen wir trotzdem alles mit. Alles mit, was man kriegen kann. Ne, ich glaube, damit kann man gar nichts machen. Meine ich. Ich brauche Redstone unbedingt, Mann. Dann nimm doch Redstone mit. Ja, ich finde keins. Ja, das ist dein Problem. Ja. Das stimmt. So, und dann hier raus. Weil ich würde gerne Solarpanel machen, dass wir wenigstens irgendwie Strom bekommen. Aha. Aber es geht doch dann auch nur, wenn wir hier Sonne haben, oder? Wenn Tag ist, ja. Immer wenn Tag ist, halt. Aber es reicht. Du kriegst da relativ viel für den Anfang. Und wenn nicht packen wir dann noch einen Generator nebendran. Das geht auch. Können wir dann mit Bulle anfeuern, zum Beispiel. Aha. So. Glaube ich zumindest, dass es geht. Das wäre dann, wenn du meinst. So. Dann gehe ich wieder nach oben. Ich habe uns übrigens jetzt, äh, hier, was nach oben gebaut, was schick ist. Dann kommst du schneller nach oben. Ich brauche... Ich muss jetzt erstmal ausessen. So. Sag mal hier das da. Das da. Das da nehme ich mit. Ich brauche unbedingt Redstone. Redstone. Wir können uns auch einen Geothermal-Generator machen. Ja, warum nicht? Ja, da können wir dann aus Lava Energie gewinnen. Und dann können wir nachher, also später noch, ähm, Lava aus der Hölle rausbomben. Ach so, ja dann. Ah, ich habe Redstone gefunden. Endlich. Schön. Wollt ihr auch mal Zeit? Mhm. Und ich habe jetzt eine Eisenspiezecke. Ich glaube, ich mache jetzt schon mal unsere erste Maschine. Okay. Weil dann könnte ich auch gleich ein Solar-Panel machen, glaube ich. Wenn ich dafür nicht allzu viel brauche. Hallo. Hallo. Guck gerade mal. Ich mache jetzt gerade mal einen Meserator. Jetzt brauche ich einen Maschinenblock. Das heißt, Eisen verbrennen. Haben wir Eisen? Ja, in der zweiten Kiste. Muss ich verbrennen, ne? Ne, 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 ne. Nichts so schnell, mein Freund. Weil dann kriegen wir Refined Iron. Aber Eisen haben wir noch nicht so viel. Ist egal. Ne, ist nicht. Doch, dadurch können wir uns viel mehr machen. Es lohnt sich. Lieben, ein Eisen brauche ich noch. Äh, so. Ach. Ne, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir können noch sein, dass wir mehr brauchen. So, dann haben wir den Maschinenblock. Dann brauchen wir noch eins. Dann brauchen wir noch eins. Dann brauchen wir Redstone. Dann brauchen wir Kupferkabel. Dann brauchen wir Kupfer und Rubber. Okay, wo haben wir den Kupfer? Ich mache gleich alles voll schnell und so. Wo? Weißt du wahrscheinlich gar nicht, was ich mache? Nö. Ist mir ehrlich, ist es auch egal. Ich brauche erstmal einen gescheiten Weg nach unten. Ich brauche Kupfer. Kupfer, warum wird denn Kupfer? In der zweiten Kiste. Okay. Schon gebrannt? Ja. Ja, wo ist jetzt unser ganzes Rubber? Die Henne. Auch in der zweiten Kiste, oder? Ja. Ja. So. Gleich mal ein paar Sachen verschwenden. Was heißt verschwenden, verschwenden. Ja. Ja.